Ja hallo, mein Name ist Ralf Schulz vom Soma Yoga in Freiburg. Ich begrüße dich ganz herzlich für unser Praxisvideo. Das ist eine integrale Yoga-Praxis. Wir machen die Asanas im Flow, dann gibt es noch Pranayama-Atemübungen und dann noch Meditation und Entspannung. Und ja, ist für alle geeignet. Bitte eigene Grenzen immer respektieren, ist klar. Yoga ist kein Wettbewerb. Und so ein bisschen der Hintergrund war von dem Video auch eine Praxis zu schaffen, die beruhigend wirkt, stabilisierend wirkt. Und vom Yoga und Ayurveda Gesichtspunkt versuchen wir Vata, Dosha nennt sich das. Vata ist die Luft, die Energie von Luft, die uns instabil macht, dieses Nervensystem überreizt, wo wir einfach ein bisschen ängstlich sind oder sorgen, viele Gedanken, viele mentale Tätigkeiten. Und wir versuchen über diese Praxis diese Art von Energie wieder zu reduzieren. Und vielleicht kennen ja viele das Gefühl am Ende vom Yoga, man ist wieder mehr bei sich, man fühlt sich ruhig, still. Und ja, so. Hoffentlich funktioniert es auch für dich. Hinterlass ruhig einen Kommentar, wenn du willst und sag mal, ob es funktioniert hat. Ja, okay. Ansonsten ganz viel Spaß und ja, Namaste. Bis zum nächsten Mal.